Hallo Jasmin! Hallo! Schön, dass du wieder da bist in 7 Days to Die. Ja. Und auch schön, dass ihr wieder da seid in 7 Days to Die. Ähm, gut, wie sieht denn der Plan für heute aus? Du musst mir erstmal hier ne Gruppe Dingsbumsen. Ja, ich bumse dich mal in die Gruppe. Ähm, warst du hinten am Hafen, als du gelootet hast? Ähm... Also hier vorne an diesem Gebäude, ne? Da? Äh, nein, ich war doch... Oder? Nee, ich war doch andere Seite. Ich bin doch nach da hinten gegangen. Weil der Loot kommt alle 5 Tage, hab ich gesehen. Und der müsste doch da eigentlich wieder... Weil wir haben ja 11 Uhr. Wollen wir looten gehen? Und dann nachts bauen, wie wir ursprünglich geplant haben? Da hinten ist ein Zombie. Ja, ich seh ihn. Ach, ich wollt mir ja noch ein paar Pfeile mitnehmen. Wie er so urlos durch die Gegend läuft. Ähm... Wegen... Wegen... Kann Nickel jagen. Ja. Weil ich würd sagen, dass wir denn... Ähm... Achso, du bist da oben drin. Äh, ich würd dann sagen, wir gehen einmal looten. Jetzt tagsüber. Yep. Und, äh... Bauen bei Nacht. Und unterwegs können wir doch auch noch den einen oder anderen Baum fällen. Ja, ja, mach ich sowieso. So. Ich bin echt zu doof, hier manchmal runter zu gehen. Die Axt mache ich noch nicht heile, aber... Wo bist du denn? So, ich komm jetzt runter. Dann würd ich nämlich sagen, wir gehen einmal zum Hafen und schauen dann von dort weiter. Mhm. Dann, let's go. Was ist er denn jetzt? Ich bin gleich da. Hm? Warte mal. Hm. Egal. Oder weil er hier alles kaputt macht. Weißt du was, Jasmin? Mhm. Das Einzige, was hier klappt, ne? Das ist die Tür. Die klappt zu. Komm doch. Gib ihm, Bruder. Gib ihm ins Gesicht. Mach mal die Matsche-Birne. Matsche-Birne. Nein, das darf ich nicht. Warum? YouTube sagt, das ist zu brutal. Denn musst du demonetarisieren. Warte, ich kriege ja noch gar kein Geld. Hehehehe. Oh. Ja, da habt das mit euren Richtlinien. Echt? Darf man das nicht? Äh, ne, gab jetzt neue Richtlinien, weil, ähm, Kinder könnten das sehen und das wäre gewaltverherrlichend. Aha. Ja, ja. Du darfst, äh, nicht übermäßig viel fluchen. Also, wenn du monetarisieren kannst. Ich hab gar nichts zu trinken mit. Hast du was zu trinken mit? Äh, ja, warte, ich kann dir was abgeben. Ne, ich hab nur zwei Gläser. Komm, wir holen nochmal was. Hab ich echt nur zwei? Ja. Mal nochmal rennen. Hast du Essen? Man lernt ja dazu, nö. Sehr gut. Ja, man lernt ja dazu. Ne, YouTube sagt sich nämlich, ähm, wer monetarisieren kann, erstmal müssen die alle neue Verträge unterschreiben, so wie ich das mitgekriegt habe, wegen den Shorts, die jetzt möglich sind. Und, ähm, im Lagerfeuer ist, glaub ich, noch trinken. Ne. Dann hab ich's weggepackt. Dann ist das in der Kiste. Koch, das Wasser ist schon hier drin. Ähm. Achso, ich hab sowieso kein Feuer, egal. Ne, YouTube sagt sich, da das Kinder gucken können, alle, die monetarisieren können, müssen einmal neue Verträge unterschreiben, wegen den Shorts. Und die Richtlinien haben sich dahingehend geändert, dass wenn du übermäßig viel fluchst in dein, ähm, Content, oder wenn du in den ersten sieben Sekunden eines Videos fluchst oder Gewalt nahelegst, äh, wird es demonetarisiert. Oh, das wär nix für mich, ey. Das hindert YouTube aber nicht daran, trotzdem Werbung zu schalten, nur kriegst du halt kein Geld dafür. Na denn. Ja. Ah! Ah, ich hab keinen Holz. Ich bin voll reingelaufen. Ah, mach die nicht kaputt, Jasmin, die brauchen wir doch noch. Ja, die steht da so blöd. Wie kann ich mich denn wieder heilen? Äh, hast du Aloe Vera Creme? Oh, ich geh jetzt nicht wieder rein, ey. Warte, ich hau mal hier ein paar Bäume weg. Wieso denn? Ich muss erst mal frühstücken. Wollen wir nicht erst mal hier drinnen gucken? Na, ich dachte, wir können nebenbei noch Holz ein bisschen fahren. Ja, wollen wir nicht erst mal gucken, ob hier was ist? Ja. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Leerer Müllhaufen. Leerer, leer, 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 leer. Alles leer. 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 Alles leer. Ist noch nicht wiedergekommen. Warte mal, wir haben Tag 10. Ja. Ist das zu nah an unseren Schlafsäcken? Wir müssen auch mal irgendwie auf irgendeine andere Strecke gehen. Wir gehen immer nur die gleiche hier. Ja, äh, wollen wir über die Brücke gehen? Da gab's noch mehr. Da, wo ich letztes Mal war, wo ich den ganzen Mais geholt hab. Dann gehen wir in die andere Richtung. Was ist das denn? Oh, Touristen! Was machen die? Äh, die gucken sich hier die Gegend an. Ist doch ein beharrlicher Platz, um Urlaub zu machen. Schmeißen die die Zombies ab, oder was? Nein, die schmeißen, äh, ne Lootkiste. Aber wo? Ja. Ich kann nicht sehen, wo er die abgeworfen hat. Hm. Ja, ist ja eine herrliche Gegend. Ich würde hier auch Urlaub machen, wenn ich könnte. Aber ich lebe ja schon hier. Also einmal über die Brücke. Über the bridge. Genau. Über die bridge und dann immer geradeaus. Ich würde vielleicht immer so laufen, dass du bei 120% anfängst zu laufen, Ausdauer und 100% gehst. Ich mach's einfach so, wie ich das möchte. Ja, oder du sprintest einfach durch. Louis Armstrong. Und wieder Hunger? Ich hab jetzt schon Hunger. Kommt vom Sprinten. Oh, dieser Hunger. Wer ist dieser Hunger, von dem du ständig redest? Ja. Ja, irgendwie hat das Skillen in dem Magen nicht allzu viel gebracht, ne? Nö. Nö. Find ich nämlich auch. Alles leer. Ja, der Rucksack ist auch leer. Da waren wir schon drinnen. Leeres Vogelnest. Hab ich doch gesagt, die sind leer. Ne, ich hab auch noch ein Leerer. Ein leeres Vogelnest. Wollen wir diesen großen Baum, der unterhalb so kahl ist, einmal fällen? Oder meinst du, der passt wirklich gut in die Gegend? Können wir machen. Es sieht eigentlich idyllisch aus, ne? Wär schade drum. Ich hab die Axt schon draußen. Hacke, Hacke, Hackepeter, fälle kurz den Baum. Hacke, Hackepeter, leb als Holzfäller, mein Traum. Wieso hast du nicht gesucht? Kennst du immer diese Lieder? Woher ich die kenne? Ja. Äh, die sind von Buster Rhymes, glaub ich. Was? Was? Ne, ich wollte hier noch gerade ausreiter gehen. Da unten ist ne Hütte. Ja, da war ich aber schon. Ach so. Ja. Ne, ist das nicht ein Lied gewesen hier von Silbermond oder so? Was? Was? Wer sagt denn sowas? Ach. Hacke, Hackepeter, Hacke, kurz den Baum. Hacke, Hackepeter. Der hat nicht mal das Lied überlebt. Raum. Aha. Ich komm zu dir. Ich seh ne Wildsau. Wo denn? Da, hinter dir, voll. Au. Für deine blöden Sprüche. Wir haben ihn. Warte, warte, warte. Ich hab ein Knochenmesser. Ne, Knochenmesser bringt mir Fleisch. Ja. Warte. Jasmin, warte doch mal. Wir wollten uns sicher gehen, dass der tot ist. Nein. Nein. Hör auf. Nicht draufschlagen. Jasmin. Hä? Warte. Der kam von da oben, ey. Okay, ich hab ihn eingesammelt. 20 Fleisch. Das ist gut, oder? Mhm. Ich denke auch. Darfst du noch nicht sterben. Ich glaub, ich spring von der Klippe. Kommt schon, äh, hübscher. Weiß, worauf ich jetzt richtig Bock hatte? Den Hang runter. Da hinten ist ein Huhn. Wo? Mach ich gleich. Weiß, worauf ich jetzt richtig Lust hätte? Ich hätte jetzt richtig Lust, die Klippe runterzukullern. Kullern? Kullern. Akülerchen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal stehen. Beide daneben. Ich glaube, ich hab getroffen. Ja, du hast getroffen. Ach ja, du hast ja das Messer mit. Genau. Äh, die Pfeile, die, äh, fliegen im Bogen runter, so gesehen, ne? Also, wenn der weiter weg ist, musst du höher zielen. Ja, ja, ich mach das schon. Ja, ja, heißt L-M-A-A, Jasmin. Hä? Ja, dann mach das auch mal. Willst du wirklich sowas zu mir sagen? Zu mir? Ja. Zu mir? Ich bin alles, was du hier in der freien Natur noch hast? Nee, hier kommen noch ein paar nette Leute manchmal dran vorbei. Ja, darauf erstmal ein Steak, ne? Ja, ich hab schon bald kein Essen mehr. Äh, ich hab noch vier Steaks. Willst du zwei haben? Erstmal noch nicht, sag dir dann Bescheid. Ja, vielleicht finden wir auch noch Essen. Hier hab ich die Kartoffeln und den Mais hergeholt. Von, von Bauer Jürgen. Ist auch alles leer. Ja, ja, hier war ich überall schon im Gange. Oh. Der gute, ah, hätten, hätte ich das gewusst, wir hätten die Dietriche mitnehmen können. Da oben ist nur eine Kiste. Toll. Also eine, die du knacken kannst. Und wir als ehemalige Panzerknackerbande, ne? Da hätten wir uns die Kiste snacken können. Oh, das Huhn ist weg. Wo bist du? Äh, auf der Straße. Warum wartest du nicht? Da war ein Huhn. Du hast nix gesagt und ich hab ein Baum gefällt. Ah, ich muss doch nicht schon mal was sagen, Ben. Ich dachte, solange wie du da spielen bist, kann ich doch ein Baum fällen. Spielen vor allem. Ja. Ähm. Ja, Gammelfleisch. Wofür brauchen wir das nochmal? Ach so, ein Krat ist ja auch drin. Das brauchen wir. Für die Beete. Und ist halt gemacht. Oh. Da ist jemand AFK. Wir halten die Stellung. Ihr und ich. Für den Frieden der Nation. Ein bisschen Holz. Oh, ein Fogenest. Das nehmen wir doch mit. Anfedern. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so viele Knochen brauche. Ich hab schon wieder Hunger. Ein Ei. Ein Ei ist gut und hier raus kriegt man ein Glas Honig mit etwas Glück. Holz. 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 Äh. Da. Federn. Na gut, die Federn brauchen wir eh noch. Wir sind ja nicht so gut mit Munition bestückt. Für den Blutmond wäre das vielleicht nicht verkehrt nochmal mit Pfeil und Bogen zu agieren. Allerdings wird der ja auch jedes Mal stärker, ne? Mann ey, ich hatte grad Besuch. Deswegen war ich kurz weg. Warte, Kanickel. Auf die Straße. Wo sind das Kaninchen jetzt? Ah, da. Ich hab's nicht getroffen. Ich auch nicht. Shit, ey. Da sind zwei Kanickel. Ja, ich hab auch grad versucht, dass meine zu... Ich kann gerade nicht. So. Ich find das irgendwie... Manchmal sind die Zombies auch sehr aufdringlich, ne? Boah, Alter. Die sind aber flink wie Wiesel, die Kanickel. Oh, das war richtig knapp. Ich hab keine Pfeile mehr. Steinpfeil. Kommt er her. Lick dich schlafen, mein Gutster. Du hast eine anstrengende Reise hinter dir. Was war denn das? Er hüpft. Der soll damit aufhören. Kann der mal stehen bleiben? Alter, jetzt reißen. Maschinengewehr. So LMG, 100 Schuss, nicht eins getroffen. So, jetzt hab ich aber die Faxen dicke. Du verarschst mich doch. Ich hab noch vier. Ich will dieses Kanickel haben. Der ist weg. Der ist mega weit weg. Ich hab ihn getroffen. Ups, Salah. Die sind beide weg. Wir sind der richtige Killer. Aber so ärgerlich. Nee, hier ist der andere. Schlag den doch zusammen. Der springt. Ich schieß den Pfeilen und der springt. Ich hab ihn. Ja, dann los, Cinder. Wo kommen denn die ganzen Zombies her? So, Roger Rabbit. Ostern ist... Hier, voll der Rocker. Der hält viel aus, ne? Ja, ja, ich weiß, ich hatte schon mal so einen. Ostern wird ein bisschen mager ausfallen, dies Jahr. Alter. Ja? Chill mal, Junge, ey. Der hat mir voll eine rübergebraten. Raunschläger. Das ist, das ist, äh, unerhört. Ja, wir müssten irgendwann vielleicht auch mal Stein abbauen wieder, ne? Ich sammle nebenbei ein paar Steinen immer. Ja, die einzelnen nehme ich auch mit. Aber ich hab meine jetzt zu Pfeilen verarbeitet. Ich hab hier noch Müll. Mit einer Feder und Kartoffelsamen. Samen. Samen. Da hat sich der Ausflug doch schon gelohnt, oder? Ich hab nur Nägel und Knochen und sowas. Du hast nicht genug Ausdauer. Mal ein Schluckli trinken. In, ey. Äh, bist du vorgegangen? Ach, bist du immer noch da? Ja, ich, äh, hab den Stein hier in den Mangel genommen. Na komm mal her, Schätzlein. Ah, yo, jetzt kommen ein paar mehr. Zwer. 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 Wo bist denn du? Warst du am Müll dran? Ja, ich hab keine Ausdauer, ne? Das ist ein bisschen, äh. Ich, ich möchte nichts sagen, aber du hast einen Stein liegen lassen. Ich weiß. Wieso tust du das? Weil ich noch nicht voll sein möchte. Ach, ich schmeiß zur Not was raus. Meine Axt oder so. So. Ein rückwärts Flickflack. Das war brutal. Du kommst klar? Ja, ich hab ihn erledigt. Äh, Jasmin? Mach mal einen drauf da. Jasmin? Ja? Was, was hast du mit den armen Bankangestellten gemacht? Der wollte mir mein Geld nicht geben. Was? Ja, natürlich nicht. Du bist Inkasso. Äh, also, ne? Das ist mir doch egal. Trotzdem wollte ich mein Geld. Sie haben kein Geld. Sie sind so nicht mal bei dieser Bank. Gib mir mein Geld. Gib sie mir ihres. Gib mir dein Geld. Ein Rauf auf den Latz. Guck mal, hier steht Open. Hier ist geöffnet. Bist du hier schon drinnen? Nee. Bis hier war ich noch nicht. Oh, hier Stacheldraht. Kann man das auch abbauen? Äh. Ich würd's, glaub ich, erst mal noch nicht machen. Wo bist denn du jetzt? Ich bin hier durchs Fenster reingehüpft. Durch welches Fenster denn? Wo bist du? Ach, da. Oh Gott. Ich ahne Böses. Da ist Böses im Busch. Böses. Au. Die Kneipentante hatte doch nicht alle. Oha, jetzt kommen aber einige hier. Die hatten die Waldprobleme. Oh. Ist die wieder aufgestanden? Ja. Da ist Böses im Busch. Blaubarschbube und... Nee. Meerjungfrau, Mann. Vereint. Da schnarcht noch wer um die Ecke. Wo denn? Äh, draußen. So wie sich das anhört. Oder über uns. Also hier geht auf jeden Fall eine Leiter hoch. Ich hör Schritte, aber ich... Hier ist ein muffiger Rucksack. Mit Maismehl. Hä? Wo bist du denn? Achso. Na hier. Ja, ne, die versuchen sich durch die Wand zu prügeln. Ich würde sagen, wir gucken hier ganz in Ruhe, ne? Ne. Ich hab das nicht ab. Leber und eine Dose. Die kommen hier doch nie rein. Oh, Strahlenanzug. Ich dachte, das ist ein Rucksack. Wo kommt der her? Ich geh raus. Warum? Bleib hier. Draußen ist gefährlicher als hier drinnen. Nein. Doch. Oh, da kommt. Da kommt. Nein, wo bin ich denn hier? Digmama kommt rein. Ich bin in irgendein Menü reingegangen eben gerade, weil ich mich erschrocken hab. Ich hab mir Rezepte angeguckt. Ja, 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 ja. Oh. Oh, Kies. Da kommt gleich was Dickes rein. Kleines Chemie-Set. Kohle. Wo bist du? Ja, ich mute. Ich hab ne Knarre gefunden. Stufe 2 Knüppel und Hühnersuppe. Aber wo? Achso. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Äh, hier. Was soll ich damit? Der Knüppel ist stärker, dann brauchst du weniger Schläge, wenn du Zombies haust, als mit deiner Axt. Ja, da kommt jetzt ne Dicke. Wo denn? Verdammte Scheiße, die kam eben schon. Was denn? Verdammte Scheiße, ne Dicke. Ich hab die schon gesehen. Jasmin, es ist ne Dicke. Die Musik ist so komisch hier. Wir müssen, glaub ich, mal hoch. Ich glaub, die sind auch oben. Ich hab gar keine Musik. Ich hab voll die Gruselmusik. Geh weg da, Mann. Lass mich hoch mit. Aber hier kommt ne Dicke. Und jetzt hab ich auch Musik. Wo bist denn du? Mensch, jetzt lauft er nicht so... Wo müssen wir denn hin? Äh, ich luche. Der ist doch hier durchgekommen. Hä? Nein, der kam von oben runtergefallen. Ich hab Angst. Hier kommt doch nix. Wo sind die denn? Die sind draußen. Da. Gucken durchs Fenster. Oh. Das geht's doch nicht, wie ich das wollte. Oh Gott. Das sind aber doch ein paar. Oh, ich hab da keine Pfeile mehr. Scheiße, ich komm hier nicht hoch. Ich geh trotzdem nach draußen. Mehr ist ja hier eh nicht. Ach du heiliger Bimban. Ach du heiliger Bimban. Hier ist ne Leiter. Ja, jetzt bin ich schon draußen. Okay, ich geh aufs Dach. Also ich hab nicht genug Ausdauer. Dieser Knüppel ist ja schön und gut. Aber ich hab so wenig Ausdauer. Du jetzt mit mir mitkommen müssen. Ich bin auf dem Dach. Ich bin hier so nieder. Ja hier. Nein. Jetzt noch nicht, da kommt ein Vogel. Nee, den hab ich schon. Auf. Ich hab, ich bin dezent unter, überfordert. Ich hab ein bisschen Angst gerade hier alleine. Kein Problem. Kommst du wieder raus? Bist du noch drinne? Ich bin draußen. Ganz draußen? Na hier, vorne. Du bist aber mutig. Warum? Oh scheiße, ich hab ein Problem. Ja. Ich glaub nicht. Ich kann hier schön Steine abbauen. Oh, ich hätt nicht gedacht, dass das aufgeht. Danke. Aua. Ist hier was cooles drin? Hier ist ein Klo. Ich hab hier gerade, ähm, ich hab hier gerade, ähm, mich das Glas ein. Schade. Ja, das ist ja hier aufregend, ey. Ich hab die Zombie-Meute von draußen gleich weg. Äh, ich hab kein Eins-Ding hier. Ich hab nur noch einen. Komm her. Ja, das ist der Bankangestellte, der dein Geld nicht geben wollte. Ah, wie ist er? So, der eine hat einen Rucksack-Hallor. Oh ja. Oh, ich bin überladen. Ich bin hungrig. Ah ja, auch. Schon wieder. Ich hab nichts mehr zu essen. Ich hab noch ein bisschen was. Ich komm gleich runter, dann geb ich dir das. Stein und Gammelfleisch. Hm. Ähm. Ja. Ja, was ist denn? Red doch mal richtig. Kann ich nicht. Ich bin hier nicht alleine. Deine Big Mama, die ich mit dem Pfeil angeschossen hab, dies hier. So. Ich dachte schon, wer anders wäre hier gerade. Steht er wieder auf? Er steht tatsächlich wieder auf. Was ein Kämpfer. Jetzt lässt er seinen Frust an der Wand raus. Ich will hier nicht von der Leiter fallen. Bist du jetzt immer noch in dem Haus? Ja. Warum? Die schiebt mich die Leiter hoch. Plupp. Was ist? So. Was haben wir denn hier noch? Dieser Weißhase. So. Jetzt hast du einen Hasen drinne. Im Restaurant? Ja, der ist gerade hier von der Terrasse weggelaufen vor mir. Ich baue hier noch mal ein paar Paletten ab. Ganz schön dunkel, ne? Dafür, dass wir es gerade mal um vier haben. Dunkel? Ja, durch die Wolken. Was können wir denn hier noch durchforsten? Was können wir denn hier noch durchforsten? Wo waren wir denn noch nicht? Was ist das für ein Geräusch? Ich höre nix. Oha, was ist das denn? Und das? Alt-Eisen-Bein-Schien. Hier war mal ne Treppe. Bar? Ja, ist nicht mehr da. Ey, das ist so dunkel. Ich seh gar nix. Da muss ich hin. Ich bin vier überladen. Warte mal. Ich mach mal... ... ... Jetzt kann ich hier drauf nicht bauen. Aber hier. Hahaha. Das ist ja schön, wenn es so dunkel ist hier drin. Ich bin jetzt einmal kurz, äh, draußen. Hast du Probleme? Äh, grad noch nicht. Äh, hier ist ein... Hier ist ein Zombie-Bär drin. Ich bin raus hier. Oha, ich kann nicht laufen. So, wo hab ich dich denn verloren? Du bist da drüben im Haus? Nein, ich bin nicht im Haus. Ich bin draußen. Okay, also ich komm auf jeden Fall ein Stück mit, weil, äh, hier ist ein infizierter Bär und den schaff ich im Leben nicht. Okay. Wo bist du, Jasmin? Ja, hier hinter dem Haus, da. Alter. Hab schön. Du grinst mich noch so an hier. Hier. Was treibst du hier? Ich hab hier mal einen verkloppt. Ja, das erste Haus, äh, es muss warten. Ich hab schon wieder Hunger. Willst du mich ver... Ich hab doch eben gerade gegessen. Andi, das war Suppe, ne? Weiß gar nicht, macht Suppe auch nah. Äh. Ich hab ein Problem. Aus. Ich bin fast tot. Hilf mir. Wo bist du denn? Oh, ich hab's gerade so überlebt. Oh, ich... Äh, ja, ich guck hier nur noch einmal kurz aufs Dach. Oh. Wo sind die denn? Oh nein, ich hab mir Bier mitgenommen. Scheiße. Ich seh nix. Bist du schon auf dem Weg zurück? Nee, ich steh hier noch. Achso, ich... Ja, ich seh dich. Ich muss kurz warten. Ich bin besoffen. Ja, ich hätte halt noch mega viel Platz im Inventar. Und die Sonne kommt raus. Äh, die Sonne geht schon bald unter, Junge. Naja. Es ist 5 Uhr. Ein bisschen haben wir ja noch. Keine Musik. Ich brauch 500. Ich will nur einmal hier reingucken, was hier alles drin ist. Da ist der Bär. Au! Au! Okay. Ach, du heilige, du kriegst die Tür nicht zu. Ich geh weg. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist ein dicker. Hier ist ein richtig dicker. Ich geh schon mal nach Hause. Ja. Kommst du mit? Äh, ich würde gern. Ja, komm, ich bin schon auf dem Weg. Ja, ich, äh... Aua, mein Weg nach unten ist ein bisschen... Krieg ich Fallschaden. Aua. Äh, wo bist du? Hier auf dem Weg wieder zurück. Okay. Einfach da fugen. Hier. Bist du traurig, dass ich das Loot nicht mitnehmen kann? Du bist auf dem Weg zurück? Ja, ich seh dich. Ich warte gerade auf dich. Äh, der Bär war der im Haus, als du den gesehen hast, oder draußen? Mhm, draußen. Scheiße. Ein Infizierter? Ich glaube, das war der, ja. Ich war besoffen, ich konnte nicht wirklich sehen. Ach so. Ah, da müssen wir aber auf jeden Fall nochmal hin. Da ist noch so viel. Mhm. Aber dann lass doch auf dem Weg nach Hause noch ein paar Bäume fällen. Ich hab' keine Ausdauer. Mh, mach die Nahrung. Zehn. Alter, der Baum hat 1.200. Nimm doch einen anderen. Ich hab' schon angefangen. Ach so. Ja. Kannst nicht abbrechen. Machst du das sonst auch? Was sollen die Leute sagen? Was sollen die Nachbarn denken? Ich hab' auch nicht mehr genug Ausdauer, ey. Baum fällt. Hat der gesehen? Nö. Hat du nicht gesehen? Nö. Warte. Hacke, 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 Peter. Okay, Achtung. Guck mal auf die Böschung. Baum fällt. Ich meine, guck mal auf die Böschung. Ist das nicht ein Hügel da? Naja, du weißt doch, was ich mein. Nö. Den Berg. Nö. Der Mount Averished. Aha. Oh, hier ist noch Müll. Da war ne Dose drin. Jasmin, wieso hast du den nicht gebootet? Ich hab' so viel gerade drin, der Sporn. Bist du überladen? Ja, drei. Soll ich dir drei abnehmen? Nö, alles gut. Nö, weil ich hab' noch voll viel Platz. Ja, vielleicht findest du ja noch was. Unwahrscheinlich. Ich hab' ja hier schon alles durchforstet. Es kommt ja auch nix bis nach Hause. Wieso denn? Wie mach' ich denn das? Einfach rausziehen, ne? Ja, genau. Einfach seitlich raus. Leere Dose. Angelblei. Messing-Trophäe. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Kann ich schon ein bisschen schneller laufen. Ach ja, hier haben wir das Mais geholt gehabt. Den Mais. Das Mais. Ja, die Brauen brauchst du nicht abbauen, weil das ist trockener Mais, leider. Ja, ist mir ja klar irgendwie, ne? Hm. Ich glaub' ich hab' hier auch alles mitgenommen, ne? Ich dachte hier hinten vielleicht nochmal, dass hier möglicherweise noch irgendwas wäre, zum Durchsuchen oder zum Abbauen. Also, äh... Aber hier ist noch ein dicker Stein. Falls du Lust hast. Ne. Ich möchte jetzt nach Hause. Ich bin sonst wieder so überladen. Jasmin. Ja. Was denn das für ne Arbeitsmoral? Ah ja. So wirst du aber nicht Mitarbeiter des Monats. Oh, das ist nicht schlimm. Ja, aber als Mitarbeiter des Monats hängt ein Bild von dir. In der Ankunftslobby, ja? Ah, ah, ah. Wo es jeder sehen kann, Jasmin. Jeder. Ich hab' ja nix hören. Gut, jetzt hab' ich den alleine abgekloppt. Aber hol mir jetzt nicht die Ohren voll, weil du nicht mit bei warst. Ne, Jasmin, ich will nix hören. Diese Lumpen. Nein, Jasmin. Nein, du hast selber schritten. Ich hab' dich gefragt und du wolltest nicht. Jetzt ist halt vorbei. Der Baum ist weg. Äh, der Stein. Weg mit der Natur. Und hier ist auch noch ein Vogelnest. Ja, geh' ich gerade hin. Nimmst du den Stein mit? Ja, ich mach' ja schon. Der alte Steinbruch-Arbeiter. Ich hab' doch den Stein eingepackt. Ähm, du hast einen Kiesel. Das ist ein Stein. Der lastet, schon wieder. Ja. So. Damit wir uns für den nächsten Blutmund geiler vorbereiten können. Weil wir haben nur noch vier Tage. So. Und einen anderen Stein hat sie liegen lassen. Ich glaub's ja nicht. Ich hab' ... Ich hab' hier die ganze Zeit ... Ich kann bald nix mehr tragen. Äh, das kommt nur auf die Slots drauf an. Nicht auf dem, wie viel du in den Slots drin hast. Ja. Ich sammle trotzdem die ganze Zeit hier. Ja. Ja. Das ja. 40 Minuten. Ja. Ja, den nehm' ich noch weg. Dann würd' ich sagen, ich verabschiede mich für heute. Ja, nächstes Mal bringen wir einen Loot nach Hause. Dann ist ja schon bald dunkel. Dann würd' ich sagen, wir bauen dann an der Basis ein bisschen weiter. Gucken, dass wir da aus der Basis einen Bunker zaubern. Ne, dafür brauchen wir Beton. Für Beton brauchen wir Zement. Für Zement brauchen wir, um da Beton draus zu machen. Ach. Wurde ich ja hin. Mit einem Beton. Warst du hier schon in der Hütte? Ein Zementmischer? LKW? Anscheinend nicht. Hier ist nämlich alles voll. Ja, dann ist der Loot da wiedergekommen. Dann komm' ich da gleich hin. Oh, da. Alles klar. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann fangen wir an mit der Basis. Der Bunker. Ne, wir haben keinen Beton. Oh. Sag mal, tschüss. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis der Alte immer auf den Bunker kommt, ey.